Der Siegtorschütze Mario Götze, herzlichen Glückwunsch Weltmeister Mario Götze, eigentlich perfekt gelaufen. Eingewechselt, Verlängerung und dann das Siegtor. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und der ist gekommen in dieser einen Moment für Mario Götze! Da ist alles andere egal! Irre! Amen!